Teudes war von Dezember 531 bis Juni 548 König der Westgoten. Teudes war Nachfolger des 531 in Naborne von den Franken unter Childebert I., während eines Feldzugs getöteten Amalarich. Teudes selbst war ostgotischer Herkunft. Er setzte den Feldzug fort, ohne dass hierüber nähere Einzelheiten bekannt wären. Er war mit einer reichen Romanin verheiratet und legte sich den Beinamen Flavius zu, um seine eigene Stellung gegenüber dem oströmischen Kaisertum aufzuwerten. Unterdessen gewannen die nördlichen Nachbarn des Westgotenreiches die Franken durch die Annexion Burgunds 534 gefährlich an Macht. 541 unternahmen die Franken Könige Childebert I. und Clothar I. Erneut einen Feldzug gegen die Westgoten, bei denen sie Saragossa belagerten, doch gelang es Teudes, sie zu vertreiben. Kaum weniger gefährlich waren die Bemühungen des oströmischen Kaisers Justinians, den westlichen Mittelmeerraum zu erobern und so das alte Römerreich wiederherzustellen. In dessen Kriegen mit den Ostgoten und dem Vandalenreich, das 534 unterging, blieb Teudes zwar neutral, verlegte aber sicherheitshalber eine Garnison nach Keuter, um gegen Angriffe gewappnet zu sein. Damit konnte er allerdings nicht verhindern, dass diese Stadt 547 an Ostrom verloren ging. 548 wurde Teudes von gegnerischen Westgoten ermordet, die Teude Giselle zum Nachfolger machten. Dieser konnte sich allerdings nur ein Jahr halten und wurde von Aguilar I. abgelöst.